Gute und willkommen heute mal zu einem Technik-Review. Und zwar habe ich das Samsung Gear Fit 2 Sportsband getestet, Größe L, wie man gesehen hat. Es gibt auch einen kleiner. Das bezieht sich dann auf das Armband. Das ist ein Sports-Tracker, das heißt ein Fitness-Armband, der Schritte, Puls, Kilometer, Kalorien und sowas aufzeichnet, wenn man sich bewegt, aber auch gleichzeitig so ein bisschen in Richtung Smartwatch geht. Denn es kann auch die eingehenden Nachrichten und sowas anzeigen. Man kann ihn auch als Musikplayer benutzen, aber darauf komme ich später zurück. Wichtig ist, dass es auch GPS eingebaut hat, das heißt, wenn man laufen geht, darf man nicht mal sein Handy mitnehmen, sondern kann die ganze Strecke mit dem Band aufzeichnen lassen. Es wird auf so einer Dockingstation einfach per magnetischen Stecker aufgelegt und dann lädt es auf. Die Dockingstation wird natürlich mitgeliefert, ist ganz einfach per USB überall anzuschließen. Und das Laden geht recht schnell, der Akku ist so eine Sache. Wenn man es nur als Notification-Armband nimmt, dann hält er ziemlich gut. Wenn man aber beim Laufen wirklich die GPS-Funktion nutzt, den MP3-Player, keine Bluetooth-Verbindung, sondern alles so Standalone-mäßig nutzt, dann saugt es schon ziemlich viel Akku und der geht dann recht schnell leer. Ja, ohne, also mit Bluetooth-Verbindung und all so ein Kram, habe ich aber wirklich drei, vier Tage lang Akku gehabt. Es gab Berichte, dass Leute auch einen Marathon gelaufen haben und das Band hat nicht die Stunden ausgehalten. Also muss man bedenken. Auf der Rückseite ist der Pulsmesser, den sieht man jetzt hier ganz gut. Gut, der misst entweder kontinuierlich oder, wenn man es halt aktiviert, den Pult und zeigt es dann auch an. Gekoppelt wird das Ganze mit dem Handy, mit der Samsung Gear-App. Die gibt es überall in den App-Stores zum Unterladen. Allgemein gibt es nicht so viele Apps, aber die wichtigsten, sowas wie ein Wecker und Sportverknüpfungen, gibt es jede Menge. Mir fehlen aber noch ein paar, aber es ist halt auch keine Smartwatch richtig. Das Display ist ein AMOLED. Ich glaube, S-AMOLED heißt es. Es ist curved, also leicht gebogen. Man kann sehr schön drüber gleiten. Hier im Menü sieht man dann die Widgets, die einem direkt alles Wichtige anzeigen, wie Etagen, Puls, Schritte und all so ein Kram. Wenn man möchte, kann man auch einstellen, dass man antippt, wie viel Wasser man getrunken hat oder wie viel Kaffee. Für Fitness-Fanatiker vielleicht dann interessant oder welche, die nicht regelmäßig trinken oder dann denken. Ich finde ganz praktisch die Notification-Funktion, das heißt Nachrichten, die auf dem Handy eingehen, werden dann auch direkt auf dem Armband angezeigt. Das geht so gut wie jede App. Das kann man nämlich auswählen. Und es ist echt praktisch. Und das ist dann halt so die Richtung Smartband, also geht Richtung Smartwatch so rum. Was noch ganz interessant ist, ist ein MP3-Player eingebaut. Das heißt, man hat 4 GB Speicher am Band. Von dem sind nicht alle 4 GB komplett frei. Aber das macht nichts. Jedenfalls kann man Lieder aufs Band legen und dann mit Bluetooth-Kopfhörern koppeln. Und dann kann man beim Laufen auch gut Musik hören. Und das funktioniert ganz wunderbar. Und es ist ein nettes Gimmick, würde ich sagen. Das geht nämlich nicht überall. Auf die Nachrichten kann man übrigens auch Antworten mit Standardantworten. Sowas wie OK, Ja, Nein. Das kann man beliebig einstellen. Aber es ist kein Mikrofon verbaut. Man kann also keine Sprachnachrichten schicken. Das Band an sich ist IP68, also Staub- und Spritzwassergeschützt. Oder wie genau die Einstellung ist, weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall, es hält Schweiß aus beim Laufen. Es hält Spritzwasser aus und sollte auch Regen und Ähnliches aushalten. Aber man sollte definitiv nicht zu lange irgendwie in der Badewanne mitbleiben oder schwimmen. Ich glaube, da könnte es dann schon kritisch werden. Der Wecker gefällt mir ganz gut. Da kann man einstellen, dass man per Vibration am Arm geweckt wird. Und wie lange es vibriert, kann man hier auch einstellen. Sieht man ja. Wenn man Uhr immer ein-einstellt, dann ist die Uhrzeit die ganze Zeit zu sehen. Beim Laufen oder generell bei Übungen, bei Fitnessübungen, erkennt das Band automatisch, was gemacht wird. Man kann aber auch manuell gezielt Übungen starten. Dann wird alles aufgezeichnet, was man macht. Also Geschwindigkeit, Blutdruck, Puls und alles. Das ist ganz praktisch. Funktioniert ganz gut. Aber richtige Fitness-Fanatiker sollten natürlich auf richtige Ausstattung setzen. Und fahren damit besser als mit dem Gear Fit. Für mich ist es halt ganz praktisch für die leichten Fitness-Sachen und Notifications. Aber es ersetzt nicht die Smartwatch, die nochmal viel mehr Möglichkeiten bietet. Aber wer es klein und unauffällig haben möchte, der nimmt gerne dieses Band. Meiner Meinung nach. Für mehr Fragen könnt ihr unten in die Videoschreibung posten. Ich werde dann auch darauf antworten. Schönen Tag.